Sag doch mal Eva, wie geht es dir hier in der Kirche? Also an sich ist es gut, es ist nur ein bisschen kalt, deshalb habe ich ganz viele Schichten an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja und Tee, aber sonst gut. So, wie geht es dir, wenn du, 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 wenn du,